Willkommen bei Zeppelin Rental Showhow. Der Rüttelstampfer SRV 620 ist ein benzinbetriebenes Gerät zur Verdichtung von Sand, Kies, Schotter, Lehm und anderem Mischmaterial, auch in schmalen Gräben und Anhängstellen. Er verfügt über einen 3-Liter-Benzintank und ein spezielles Filtersystem für den störungsfreien Betrieb des Motors. Der vibrationsarme Führungsbügel erleichtert die Bedienung. Legen Sie vor dem Bedienen des Rüttelstampfers Sicherheitsschuhe sowie Gehörschutz an und setzen Sie gegebenenfalls einen Schutzhelm auf. Verwenden Sie den Verdichter nur im Freien. Bei Arbeiten in schmalen Gräben sollten Sie darauf achten, dass diese höchstens schultertief sind und so für ausreichend Frischluft gesorgt ist. Falls der Rüttelstampfer liegend transportiert wurde, sollte er kurzzeitig senkrecht stehen, damit sich das Motoröl wieder verteilt. Stellen Sie dann den Gashebel auf Vollgas. Öffnen Sie den Benzinhahn und schieben Sie den Choke in Pfeilrichtung nach vorne. Der Rüttelstampfer ist jetzt betriebsbereit. Ziehen Sie den Reversierstarter am Motor bis zum Widerstand heraus und dann mit einer kräftigen Bewegung vollständig durch. Lassen Sie den Motor im mit der Abkürzung MIN gekennzeichneten Leerlauf kurz warm laufen. Anschließend schieben Sie den Choke zurück nach hinten. Die besten Verdichtungsergebnisse erreichen Sie mit der Gashebelstellung auf Vollgas, zu erkennen am Symbol Hase. Wenn Sie den Hebel auf Schildkröte oder darunter stellen, reduzieren Sie die Schlagzahl und damit die Verdichtungsleistung. Der SRV 620 läuft nur vorwärts. Drückt man auf den Führungsbügel, kann die Geschwindigkeit beeinflusst werden. Zum Ausschalten lassen Sie den Rüttelstampfer kurz im Leerlauf und schieben dann den Gashebel auf OFF. Schließen Sie den Benzinhahn. Betankt wird der Verdichter bei abgeschaltetem Motor mit Benzin. Täglich vor der Arbeit müssen einige kleinere Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Überprüfen Sie den Ölstand des Motors. Auch der Luftfilter muss täglich auf Verschmutzungen kontrolliert werden. Falls nötig, reinigen Sie ihn. Haben Sie Fragen zur Inbetriebnahme oder zum Gerät? Rufen Sie uns an unter 0800 18 05 und 4 mal die 8. Zeppelin Rental – Mietlösungen für jedes Projekt. WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup WDR. WDR mediagroup 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 WDR.